malzeit leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal wir gucken uns heute mal eine insel expedition an ja die quest ist gerade bei mir aufgeploppt schauen uns mal an wie das so abzulaufen hat so wir sollten uns lieber beeilen wenn wir vor der allianz auf der insel sein wollen fertig spricht mit dem cap was kriegen wir denn insel expedition werden freigeschaltet und wir kriegen eine leuchtende arzredgeode ja cool auf geht's mein freund so fühlt sich zu hause an ja da bin ich doch mal gespannt was so eine insel expedition hier kann ich komme mit dem schiff an von der insel ja macht sinn ne phase 1 untersucht das arzred ja ok machen wir doch mal können wir denn hier wen mitnehmen können wir nicht da sammelt 500 arzredge gut erfordert bergbau ich habe doch kein bergbau habe ich bergbau nö habe ich nicht aber anscheinend ja jeder kann hier wohl bergbau machen bauen wir das mal ab 70 arzredge ist das richtig dass ich so eine expedition alleine mache phase 3 untersucht die zweite arzredge die ist dahinten so halten kann ich hier aber sehr schön ja herzlichen glückwunsch erst buffen dann rein so was haben wir denn hier was denn wenn wir die map aufmachen aber können wir gar nicht rauszum tötet das verkrustete krustentier gut töten wir den mal gab es nicht ursprünglich mal die ansage dass man das mit mehreren leuten macht also wie gesagt leute ich mache das jetzt hier zum ersten mal noch keine ahnung was passiert um ehrlich zu sein habe ich mir das auf so eine insel expedition habe ich mir auch nicht bei noch noch nicht bei anderen youtuber angeguckt meine zunge überschlägt sich ja hier schon wieder so was kommt davon wenn man ein bisschen dümmlich ist so wie ich so was müssen wir machen untersucht die dritte arzredquelle ja wo ist sie denn das wird mir gar nicht angezeigt das heißt wir gehen jetzt wirklich auf eine expedition das ist ja mal ganz spannend tatsache mir wird wirklich nichts angezeigt und hier sind untersucht die ok wir haben wir uns untersucht ja jetzt sollen wir einfach nur noch mehr azurid rückstände auf dieser insel sammeln ja komm dann pullen wir mal ein bisschen was zusammen wahrscheinlich ist das jetzt das dummste oh nein jetzt habe ich noch einen rare mob gepullt oh das geht böse aus ich sag euch das sind gleich tot ach du scheiße ja komm erstmal die ganzen kleinen weg kriegen wir vielleicht noch den rare mob erledigt das problem ist ich bin noch hier legion bin ich noch gewöhnt schön das antorus hc gear ja jetzt lacht ihr wahrscheinlich habt ihr alle müde hier herzlichen glückwunsch freut euch ne man hat hier schön das noch das hc gear ist man gewöhnt macht seine welt quest und pullt einfach 1000 mobs zusammen kommt sie weg und gut ja jetzt ist man aber leider in der level phase und trägt hier so grüne schlappen aber scheint wohl geklappt zu haben ja machen wir den jäger noch weg hier nö ich hab äh did you experience any bugs with this enemy ne aber wie immer meine frage why no loot i want all the loot give free epics ja wahrscheinlich sollte man diese funktion nicht so missbrauchen aber ja komm drauf geschissen die metamorphose wurde ja immer noch nicht repariert habe ich immer noch fehler mit so jetzt sammeln wir das noch ein geht zum schiff zurück ja gut auf auf unseren dino und los geht's wo ist denn das schiff bestimmt ohne uns weg gefahren ja dann werden wir jetzt ein neues königreich auf dieser insel bauen nennen wir das die insel von demon boy also jetzt mal ehrlich ich würde einen wo w charakter bei aller liebe niemals demon boy nennen ah ist ja nur ne beta ne der ist ja eh bald geschichtet der ist gelöscht der kehrt in den wirbeln in neta zurück und wir hören nie wieder von demon boy ja allianz habe ich jetzt auf der insel nicht gesichtet da hinten ist ein schiff von kultiras vielleicht kommt da noch eine phase wer weiß oder es ist jetzt nur so ein ja wir fahren wohl weg holt die planken ein wir legen ab habt euch da draußen gut geschlagen ja wahrscheinlich war das nur so ein intro ding jetzt um mal zu gucken wie die insel expedition ablaufen aber ich würde schon mal gern eine richtige machen vielleicht kriegen wir jetzt die möglichkeit dazu schauen wir uns das mal an gehen wir das erstmal an ja die werden jetzt freigeschaltet die per zehnfaches wachstum ja gut gut gucken wir mal hier auf die map faul no morass tiefgrüne irgendwas wöchentliche quest ah da können wir azerit immer sammeln und kriegen artefakt macht gruppe finden spieler gegen spieler mythisch heroisch normal ja machen wir mal normal oder wollen wir pvp machen ich weiß es nicht ich weiß es nicht das ist mal pvp machen bestimmt lustig da kriegen wir richtig auf den sack ihr erfüllt die bedingungen für den ausgewählten dungeon nicht egal dann machen wir mal normal ja normal geht so ich halte jetzt mal hier die aufnahme an dann lassen wir gleich weiter laufen wenn wir eine gruppe haben ja da geht es doch schon direkt weiter insel expedition und jetzt mal eine richtige mit anderen spielern hoffe ich ja wir sind zu dritt und fancy man fancy man ist der anführer cool jetzt habe ich den für den debuff die expedition beginnt die jetzt kommen wir auch keine 500 azerit sammeln jetzt müssen wir 6000 sammeln ich bin mal gespannt also bewegen kann ich mich noch nicht wir warten alle auf den start schuss jetzt kann ich mich bewegen jetzt geht es los ja ich wir sind alle pläne wir gehen jetzt mal hier dem fancy mann nach der weiß wie das geht ja ich denke mal wir kloppen jetzt erstmal hier wir kloppen mal hier so ein paar mobs gucken mal ob die azerit fallen lassen kämpfen die mit mir sind die hier ja die sind hier ich sehe mal meine mitspieler so schlecht ein guter hortler ist ein guter hortler oh kriegen wir direkt eine drohung von einem gnome hier reingedrückt ja wenn wir den in die finger kriegen dann ist aber hier das schicht im schacht dann bringen wir unserem kriegshäuptling 100 gnome sculpts also wir kämpfen jetzt gegen ähm gegen allianz npcs das sind keine spieler ich hätte gerne pvp angemeldet aber das geht wahrscheinlich erst auf der maximalen stufe scheint so ich mach jetzt mal hier weiter schön bock kloppen aber ich würde gerne die allianz npcs ohohoho ich bin gleich tot ja ich möchte die vielleicht doch nicht finden ohohoh ich sterbe warum lasst mich doch nicht allein er helft mir doch jetzt komm los los ohoh ist das hier ist das hier aufregend nein und diebenboy ist gefallen scheiße so ich hoffe wir kommen hier ähm ja wir werden am boot wiederbelebt unser kumpel der lolindir ist auch gefallen ja man darf das man darf das hier wohl nicht zu locker nehmen was liegt denn hier plönen wir das doch mal 0 azerit das hat sich gelohnt wo sind denn unsere freunde da kämpfen die gegen diesen zang kiefer säge zahn ja so heißt er ist ja wieder der wahnsinn hier wie das aussieht also wir führen wir führen nicht wie ja wir führen zwar aber guck doch mal wie viel die allianz npcs eingesammelt haben wir sind hier nur auf normal drin was soll das denn später mal geben wir kommen doch jetzt schon kaum klar ich glaube wir müssen offensiv ah jetzt haben wir auch eine schöne karte hier das ist unser boot was ist da? entdecktes azerit wir gehen einfach mal mit unseren freunden weiter wir haben sich wohl darauf eingeschworen dass wir die zangen kiefer säge zahndinger töten dann können wir unseren vorsprung auch schön ausbauen schön hier wird es mal auf wieder 0 azerit gesammelt ich glaube das sind ein zeigefehler wobei hier steht 0 azerit gesammelt wir helfen unseren team merke ich so jetzt ist nur die frage ob das ob das standard inseln sind oder ob die so ein bisschen generisch sind die einfach immer generiert werden ich glaube dazu wurde schon was gesagt da muss ich mich nochmal informieren aber das machen wir jetzt nur um das mal grob anzuspielen zu gucken wie das läuft so von meinem spielstil her ich bin der klassische casual spieler der im content seine hc bosse immer schön mit curve legt aber das war es dann auch schon so mythisch rein da taug ich einfach nicht wie ich viel zu langsam führe und gar nicht die zeit und die lust dazu ja ich weiß das sind alles ausreden aber ne ist wirklich so was kann man denn hier machen ich klicke hier drauf und nichts passiert vielleicht war ein anderer aus meiner gruppe schneller da ist ein allianzschiff da will ich hin das kulti das will ich angreifen vor lauter aufregung kann ich schon gar nicht mehr richtig kämpfen vergesst schon wieder die hälfte es gibt auch gut ep oder ja der baut das schön ab helfen wir dem mal vielleicht gibt das schneller ne und ein rare mob haben wir wieder gefunden ja cool ja äh interessant ist wenn wir das jetzt äh ich denke ist schon wieder so knapp aber ich denke mal wir gewinnen das interessant wird was wir am ende als belohnung kriegen wenn wir überhaupt eine kriegen angeblich wird gesagt dass man auch mit den insel expeditionen dass man hier recht gut leveln kann ich meine für einen maincher ist das recht uninteressant da wollte er sicherlich die story sehen aber so für ein twink jetzt mal ganz ehrlich das ist eigentlich ganz spaßig erinnert so ein bisschen an die szenarien auf mist of pandaria jetzt mit drei leuten rein scheiß auf die die skillung so ein bisschen sind wir denn hier ja mönch und und parladin was hat er denn geskillt ja alles dds ah hier sind gnome endlich da haben wir sie da da der ist ein gnome typ alles dasselbe können wir nicht auseinander halten oh das gibt uns aber ganz schön viel wenn wir gegen die wenn wir direkt gegen die gegner kämpfen ja können wir denn auch auf das schiff von den drauf was steht das hier nur zu zierde müssen wir es mal testen ich sag euch da steht gleich geht gleich der graumeen oder anduin drauf der gibt uns direkt eine schelle und oh ihr seid nah am allianzschiff passt auf ne ne das ist nicht geplant dass man da hingeht ja das ist wahrscheinlich auch wenn wir jetzt mal für pvp denken die schiffe die dienen ja auch als äh friedhof so und wenn wir jetzt im pvp drin sind ihr kennt das ihr habt immer mal wieder ne 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 gruppe voller eierköpfe oder ihr seid selber der jacob und dann wird einfach das friedhof camping schön verhindert das erfrischendes getränk nehmen wir das mal oh das heilt uns das war schön ja kommt leute ja er hat es verstanden mal hier go away from the ship es hat ja keinen wert hier hier ist die äh die mob zu farmen ja lass die die mobs farmen wir gucken mal was wir sonst noch finden ein versteinerten feind ja dann zerbrechen wir den nochmal ah da ist er können wir den besiegen zwei azerit hat sich gar nicht gelohnt oh was zu essen das ist ja schön hier gucken wir auf die karte was haben wir denn hier da haben wir noch einen boss ja dann gehen wir doch mal dahin ach vielleicht warten wir mal auf unsere freunde einer kommt hier schon da ist der andere sehr schön dann machen wir mal hier weiter also fazit ich empfehle euch nicht zum schiff hin zu gehen ich glaube das das ist quatsch so machen wir mal hier weiter hauen wir mal mobs wir gucken was wir hier noch so am strand mal da schauen wie der azerit vorkommen wir sind soweit ich markiere die azerit vorkommen jetzt auf eurer karte ah jetzt werden azerit vorkommen hier markiert wo sind die denn sind das diese dinger hier ja scheint so 75 azerit da ist wieder ein boss holen wir den mal 6.000 azerit fehlen noch 2.000 da ungefähr oh es kommt hier wird uns gesagt es kommen insel trolle am land und die sehen nicht freundlich aus oh 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 ja hier der stein dude der sieht aber auch nicht freundlich aus da ist ein seelenfragment oh ho 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 notfall heilung schön 400 azerit bringt so ein boss am betracht der tatsache wie viel wir sammeln müssen dann ist das eigentlich ganz schön viel und ich denke mal wenn wir koordinierter spielen würden dann wäre der auch schneller schneller down hier ist der nächste boss schon direkt sehr schön 6 azerit gibt es noch normaler und er müsste doch hier eigentlich wieder er müsste doch eigentlich wieder 400 oder? er stirbt mal ne der hat 2 azerit gegeben oder? wo ist der denn? ne der hat uns Schätze fallen lassen die geben hier das unterbrecht mich doch nicht ich muss hier plündern hier hier wieder Gnome überall sind Gnome sind alle gleich aber ich muss mal ganz ehrlich sagen ich finde Gnome eigentlich ich finde die richtig cool diese aufgedrehte Art denn die Affinität zu der Technik Wahnsinn hier sind doch noch Kisten warum plündern wir die denn nicht? achso weil wir unterbrochen wurden eben ja 100 komm hier sind auch nochmal 100 dran 100 stücken perfekt wo sind unsere Leute? wir haben was wir brauchen die Horde siegt Ruinen von Ugoll ja ist ja gut was kriege ich denn? was habe ich denn jetzt gekriegt? ihr bekommt Inseltreibgut so Insel verlassen jetzt gucken wir mal noch was wir mit dem Inseltreib gut machen können was wir hier bekommen haben Jani würde sich bestimmt für diesen Gegenstand interessieren wer ist denn Jani? ist das hier der Typ? ne das ist Captain Seid ihr bereit für eine epische Reise? das ist so cool aber wo ist denn ein Jani? ich kenne kein Jani hm ja das gilt es noch herauszufinden vielleicht finde ich das noch heraus vielleicht machen wir dann auch nochmal eine Inselrauferei auf 110 dann machen wir aber eine PvP Inselrauferei und bis dahin weiß ich auch wer Jani ist und was man mit diesem Inseltreibgut machen kann also bis dahin wenn euch das hier gefallen hat dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert doch vielleicht mal meinen Kanal so ich wünsche euch noch einen schönen Tag Abend oder was auch immer bleibt sauber und haut rein Ciao Ciao so dann geht's